Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 3 mit iBlackCraft, wie ihr da vorne sehen könnt. Hi. Ja, mit welcher Waffe spielst du? Äh, ich nehm hier F2000 mit Kim und Korn. Ja. Ja, ich nehm die Ska-H mit Kim und Korn. Ja. Alter, ich nehm als Stecken der Waffe... Ach, das geht doch. Ich hab schon... Ähm, ich nehm als Stecken der Waffe, äh, hier, Uzi. Uzi! Meins G18, die nehm ich auch. Ja, dann G18. Fuck, Alter. Fuck. Ach, es geht los. Nein, ich hab zu denen gesagt jetzt, dass wir ein Team sind, also mit diesem... Aber lass dich mal im Endeffekt töten, ja? Ja. Klar, was denkst du von mir? Ich hab Rüstung! Gold, Rüstung! Ja, Mann, Schuhe! Danny, wo bist du? Ich bin auf dem Ding drauf. Ich bin ganz oben. Ja, komm, jetzt daher, siehst du mich. Siehst du mich? Nein, ja, doch. Komm mit. Ja, die wollten gerade auch Team, ganz ehrlich. Ha, der brennt, komm, der brennt, den töten wir. Ha, schwarz. Ja, komm, komm. Wir können den noch gar nicht töten. Doch, können wir. Jetzt. Wir wollen den Bogen, Junge. Alter, wie du leckst, Alter. Alter, ist das Wasser gefallen. Warum töte die Nutte? Ich glaub, er ist... Nein, Alter. Der stand gerade, ne? Ich dachte auch, der war tot. Wie er noch reingucken will, Alter. Okay, er ist tot. Hast du den Bogen? Ja. Der ist gar nicht tot. Ah, jetzt hat er sich getötet. Ich hab seine Frau. Hinter dir, hinter dir. Ha! Höh! Hilf mir! Rennen, ich muss selber renn, Alter. Ja, er wird von hinten angegriffen von deiner Frau. Aber er hat ein Schwert und sie nicht. Ah, die kämpft. Lenni, siehst du mich? Ja, aber er verfolgt mich, glaub ich. Ich bin hinter dir. Ich bin im Wasser. Operation, Geräusche ein bisschen runter. So. I ran the hole. Boah, jetzt werde ich wieder angegriffen. Dicker. Geht jetzt gar nicht. Oh, shit. Ich hab das Gefühl, dass ich jetzt gleich sterb. Hallo? Ey, Lenni, er ist bei uns. Boah, ey, er ist hinter dir! Nee, nee, er macht mit. Nein, er hilft. Er ist bei uns mit im Team. Okay, wir nutzen ihn aus. Soll ich ihm Rüstung geben? Nein, wenn wir Waffen haben, töten wir den, Lenni. Ja, damit es vertraulicher ist. Ja, aber dann ist es schwerer, den zu töten. Soll ich ihn töten, Lenni? Soll ich ihn töten? Ja, mach. Nee, er hat Rüstung, Mann. Ja, ich hab ihm die Gatt gegeben. Alter, Lenni. Ich glaub, da hackt's bei dir. Gerne. Trike, win der. Alter, wir müssen hier irgendwie rüberkommen. Dann können wir den da reinschmeißen. Ja, Mann, lass ihn mal da reinschmeißen in die Lava. Warte, ich mach, ich mach. Ich mach. Hast du ihn geschlagen? Nein, noch nicht. Ja. Soll ich ihn töten? Äh, wenn du brauchst ein Schwert, dann kriegen wir ihn tot. Komm, stell, komm, stell, komm, stell. Alter, sag doch. Ja. Ja, tot. Was hat er dabei? Hier, für dich. Ich hab schon einen Helm gebraucht. Ach so, du hast schon einen. Hat er was zu essen dabei gehabt? Mh, ja. Gebratenes Steak. Willst du? Gib mal einen, bitte. Wo bist du? Ich brauch Leben. Ich bin vor dir. Oh, den haben wir richtig schön hintergangen. Aber leider hat er ja nicht so viele Sachen dabei. Nein, ich hab gerade meinen Schwert geworfen. Oh, Goldhelm. Ach so, nee, den hast du, okay. Da vorne ist, da vorne ist eine Tor. Wo? Hier. Ich seh dich nicht. Ich bin vor dir, du Bob. Oh, den haben wir so verarscht. Den haben wir so eiskalt verarscht, Lenny. Oh, der arme, Alter. Alter, Alter. Was glaubst du, was er sich aufgeregt hat, Alter? Ziemlich. Scheiß drauf, Mann. Hunger Games eben, ne? Das muss doch sein. Knallhart, hier, wa? Team Lachmaschine ist halt knallhart, wa? Jo. Immer die stärksten von den stärksten. Oh, noch vier Spieler. Aber am Ende müssen wir uns töten. Was war da drin? Nichts. Nichts, nichts. Komm, lass mal da vorne zum Dings gehen. Alter, ich glaub, da ist ein Schwert oder sowas. Da vorne zum Spawn gehen, weil dann können wir da ein bisschen verzaubern, obwohl ich nicht besonders viel RP habe. RP. Ich hab drei. Ich hab einen. Unter Wasser schwimmt man schneller als über Wasser. Wirklich? Ja. Ey, da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Alter, da ist eine Diarrüstung, Junge. Scheiß drauf. Der Sneak, ich seh das, Mann. Der Sneak hinterm Baum, der ist hinterm Baum, du Bob. Ja, ich seh den. Der Diamant stirbt. Nein, der hässliche Monge, du Hurensohn, du Ficker! Er hat mich auch weggesnackt. Mann! Egal, danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Ja. Und liked, wenn ihr wollt, dass wir mehr machen. Aber ey, ganz ehrlich, dieser Hurenbengel, Alter, der hat bestimmt gecheatet, Alter. Na ja, tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, wenn es fehlt drei. So lustig, so lustig, so lustig. Na ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. So, ganz gut geworden, ne?